Joach, willkommen zu einem neuen Video. Hier ist erstmal eine neue Shop. Es gibt direkt zwei neue Skins. Einmal hier dieser Schrottroboter und noch diese Frau hier. Finde ich auf jeden Fall richtig geil. Habe ich mir auch direkt geholt. Und dann wieder dieses Paket hier mit den Spitzhacken und dem Hängegleiter. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Creator-Code ARIANFN eingeben würdet. Einfach Vierheck drücken, ARIANFN, und ihr bekommt dann auch noch eine kostenlose Tarnung dazu. Also ja, Creator-Code ARIANFN und los geht's mit dem Video. Auf jeden Fall habe ich vorhin mit It's Asi TV, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Mit dem habe ich auch schon ein paar Videos gedreht. Bisschen Duos gespielt. Ja, war auf jeden Fall mega lustig, vor allem als er immer gestorben ist. Einmal ist er auch am Anfang direkt gestorben und ich habe die Runde dann noch gewonnen. Ja, schaut euch einfach an. Los geht's. Also, hast du Bock eine Runde zu gewinnen? Ja. Bist du eingespielt? Ja. Nein. Was heißt das? Nein. Das heißt, lass dich auffallen. Also eigentlich nicht. Die sind zu viele. Nein, das überlebst du. Halt durch. Stirb nicht. Ich komme. Ich werde es nicht überleben, aber ich komme. Zwei Leute habe ich geholt. Gein. Ich werde draufgehen, aber nach Räumen. Ich komme. Allah, ich bin. Hilfe. Ich glaube, tot. Du. Komm, komm, komm. Ich kann nichts machen. Ich bin. Ich sniped, Alter. Hey, was macht ihr da? China-Tanz. Ich will auch. Ich mache dieses, äh... Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Für den Löschchen. Ah. Ich muss das. Okay, Jack. Jack. Ja, sag. Jetzt fällst du, du, wohin. Wo du willst. Wo dein Herz begehrt's. Ähm, sag du, salty. Salty, fatal. Was trinkst du? Wo auch immer du hin willst. Okay, komm, salty. Was trinkst du da? Chai. Zwei Teams sind hier, pass auf. Kriegen wir hin. Locker. Oh, fuck. Bei dir ist einer, ne? Bei mir ist, glaube ich, mehr als nur einer. Oh, 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 oh. Adrian, Hilfe. Ja, warte, ich kann kurz. Hey, 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 hey. Hey, ich schwöre dir. Ich hatte keine Waffen. Ich konnte nicht anders. Ich schwöre ich hatte keine Waffe Ah, ich glaube es genau Da oben ist einer Ah, die sind alle was für das war ich das war's du sind hier noch welche Hmmmm... was rechts hinter dem baum scheiß ich hab einen geholt fuck nein oh mein gott bruder der arme der konnte nicht mehr raus nein guck mal wo die zone ist hast du einen flug? ich was? nein das hast du vergessen? na gut dann nicht ich laufe in die zone also du bist schon in der zone aber laufe bleib so bleib so du bist irgendwie zu geh da hoch oben ist immer schön ich hab aber zu wenig leben versteck dich im gewösch ja bruder da hier ist jemand oh mein ich wollte dich nicht stören digger das war krank die hatten aber auch kein schild dabei handkanone oder schallgedämpfte pistole entscheide du oder kannst du besser die sache kaputt machen ok ja dann wenn ich nur schild hätte nee bitte ich muss irgendein schild finden vielleicht da noch ach n Hast du es gesehen? Bruder, ich sehe alles. Ich bin über... Du bist zwar anal gedübelt. Du hast den gebehbert. Anal-Dübel. Trink schnell, trink schnell. Hey, ich gegen zwei Leute. Kriegst du hin? Die sind safe, richtig gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein schlechtes Gebet. Das geht nicht. Mit nur zwei Leute. Ja! Ent 가서 spühen 90-49 Wo Ger auspikan. Da sind lane 3-4 Natürlich. Ja! ano Was ist das? 11 killst du g- Alter. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne den Haun noch runterlassen. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr Videos mit It's Asi TV sehen wollt. Seid kanalisch auch in der Beschreibung verlinkt. Das ist der erste Link. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, creator-code ARINF nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.